Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Pexip verwenden können, um kleinere Meetings oder Konferenzen oder Seminare oder Vorlesungen mit bis zu 23 Teilnehmern durchzuführen. Außerdem können Sie damit auch Vorlesungen vorbereiten für ein bedeutend größeres Publikum, dann allerdings ohne Audio- bzw. Video-Rückkanal, sondern nur mit Chat. Das erkläre ich nochmal in einem separaten Video. Erstmal ganz kurz das reguläre Anlegen. Nutzen können Sie diese Software über das Konferenzportal des DFN, des Deutschen Forschungsnetzes, zu erreichen unter www.conf.dfn.de. Dann kommen Sie hier über das Veranstalter-Login zum Backend. Es kann sein, dass Sie dort, ich habe es hier halt schon gemacht, beim ersten Mal die Hochschule Midweida noch aus der Liste raussuchen müssen und sich dann ganz regulär via Schibolev mit Ihrem Hochschull-Login anmelden müssen. Hier sehen Sie dann jetzt alle irgendwann mal von Ihnen erstellten Meetingräume, Vorlesungen oder Telcos. Entsprechend hier klappt natürlich die Liste noch leer. Wir machen jetzt mal eine neue Vorlesung. Eine Vorlesung braucht einen Namen, der muss eindeutig sein, also Test oder was auch immer funktioniert nicht. Benennen Sie es am besten dann auch gleich nach der Einheit oder nach dem Raum oder dem Modul, je nachdem wie Sie es organisieren möchten. Ich nehme jetzt hier mal ganz kurz eine Vorlesung, Test-HSMW. Mit einer Veranstalter-PIN können Sie automatisch, indem man diese PIN beim Beitreten angibt, anderen die Möglichkeit geben, als Veranstalter mit reinzukommen. Damit hat man entsprechende Rechte, kann Leute administrieren. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel einen Technikassistenten irgendwie mit reinholen oder sowieso jemanden, der das Praktikum mit leitet oder sowas. Ich bin jetzt einfach mal ganz sicher und mache 1, 2, 3, 4. Und hier unten können Sie mehr Einstellungen ausklappen. Klar, Sie können eine Beschreibung angeben. Sie können festlegen, ob Gäste überhaupt erlaubt sind. Macht natürlich dann jetzt Sinn, wenn Sie Studis zum Beispiel schon reinlassen wollen, dann können die beitreten. Ansonsten muss immer auf einen Host gewartet werden. Lassen Sie es am besten auf an. Es kann sein, also wenn Sie möchten, können Sie auch eine Gäste-PIN abverlangen. Damit die Studis irgendwie vorher, die sich besorgt haben müssen. Allerdings gibt es hier was zu beachten. Lesen Sie sich das einfach durch. Hier steht wegen der Länge der PIN und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Bei Gäste dürfen präsentieren, wenn Sie das auf Ja lassen, dann können Ihre Studis auch Ihren Bildschirm übertragen oder Dateien anzeigen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie das hier wie ein Seminar oder wie ein Praktikum laufen lassen, um dann zum Beispiel zu überprüfen, was die Studis gemacht haben. Streaming aktivieren, Ja oder Nein? Ich lasse es mal gerade noch auf Nein. Wenn man das auf Ja stellt, dann hat man eben die Möglichkeit, an ein größeres Publikum zu übertragen. Das müssen Sie allerdings festlegen, bevor irgendjemand das Meeting startet. Nachträglich lässt sich das nur ändern, wenn wieder alle raus sind. Wenn das deaktiviert ist, also Standard, dann kann man stattdessen das Meeting aufzeichnen lassen und das dann am Ende als MP4-Datei, glaube ich, runterladen. Den Rest können Sie eigentlich dann auch lassen, wie es ist. Alle Gäste stumm schalten. Schalte ich ganz gerne eigentlich immer noch mit auf Ja. Zumindest wenn man es jetzt eben wie eine Vorlesung betrachtet, dann können Studis nicht reinreden, bis man es deaktiviert. Also da kann man dann eben nachträglich festlegen, okay, jetzt können Fragen gestellt werden. Denn unabhängig davon gibt es eine Handheben-Funktion, um anzumelden, dass irgendjemand eine Frage hat. Das ist ganz praktisch. Also ich würde für eine Vorlesung empfehlen, das auf Ja zu stellen. Bei kleineren Seminaren oder bei Praktika ist es weniger sinnvoll. So, Teilnehmerbegrenzung können Sie theoretisch festlegen. Maximum oder automatischer Wert ist 23. So, jetzt speichern wir das und wir haben es in der Liste. Hier links über den Link kommen Sie wieder zu den Einstellungen, also die Ansicht, die wir gerade hatten. Über die Raumnummer hier können Sie direkt über den Link selber beitreten, schon als Veranstalter. Und die Textvorlagen beinhalten einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch direkt die Möglichkeiten für Studis, wie die beitreten können. Das beinhaltet über den Browser, so wie wir es jetzt tun. Man kann sich mit dem Telefon einwählen, dann ist man natürlich nur akustisch dabei. Es gibt eine App für Android und iOS. Also irgendwie kommen die auf jeden Fall hier mit dazu. Es gibt auf jeden Fall keine Ausrede, außer Sie sind im absoluten Funkloch, hier jetzt nicht mitzumachen. So, ich würde jetzt mal hier die Raumnummer anklicken und beitreten. Ich nutze hier übrigens Firefox, würde ich Ihnen auch empfehlen. Andere Browser funktionieren auch. Chrome auf jeden Fall, aber in Firefox funktioniert hier die rechte Verwaltung bezüglich Mikrofonen und Kameras am besten. So, hier haben Sie möglicherweise nur ein Gerät in der Liste, selbst wenn Sie mehrere Kameras angeschlossen haben. Nicht wundern, einfach erst mal erlauben. Okay, und dann können Sie jetzt auch gesetzt, dass Sie mehrere Kameras haben, wie ich gerade. Hier oben links über Control finden Sie im Side-Panel, das können Sie hier ein- und ausfahren. Control, Select Media Devices und dann hier oben die Kamera, können Sie auswählen, welche Kamera benutzt werden soll. Also, kann sein, dass danach Firefox nochmal fragt, ob es das überhaupt darf. So, jetzt sind wir hier drin. Ich schalte mal meine Kamera an, nehme ich besagte Logitech Brio. Hallo, da ist die zweite Kamera, genau. Die hängt hier per USB. Jetzt bin ich hier natürlich alleine drin. Hier links in der Liste sieht man mich, Axel Dietze. Jawohl, ich bin Host, das heißt, das ist hier mit so einem schwarzen Shirt angezeigt. Gäste haben ein weißes. So, jetzt kopiere ich mal aus der Textvorlage den Link und öffne das an einem zweiten Fenster. Das ist zwar jetzt ein bisschen komisch, weil man immer wieder dieselbe Kamera sieht, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. So, ich trete bei. Ja, ich erlaube ebenfalls die Brio-Name, nenne ich jetzt einfach mal kurz Gast1. Okay. So, hier kann man jetzt eine Pin eingeben. Wenn wir also eine Gast- oder eine Host-Pin festgelegt haben, kann man sich darüber identifizieren. Wir treten jetzt einfach nur so bei. Mikrofon und Audio habe ich jetzt nur kurz stumm geschalten, damit es hier kein Feedback gibt, immer hin und her. So, so sieht es jetzt jeweils gegenseitig aus. Hier unten sieht man halt schon den Namen. Das heißt, wie in Skype oder sowas, in einem Gruppencall, sieht man immer alle anderen. Und ja, das Layout können Sie entsprechend festlegen. Als Host gibt es hier über Control, Change Conference Layout, die Möglichkeit zu sagen, wie das ist. Equal, da ist jeder gleich groß. 1 plus 0, dann wird nur einer angezeigt. Also für alle anderen ist es dann standardmäßig der Host. 1 plus 7, dann ist quasi einer oben groß. 7 sind drunter klein und so weiter. Probieren Sie ruhig ein bisschen rum. Ich lasse es jetzt erst mal auf Standard. Wenn jetzt jemand sich melden möchte, weil er eine Frage hat, dann kann er das hier unten über Raise my Hand. Wenn ich das jetzt hier entsprechend drüben mache, da sieht man das hier in der Liste. Jemand hat die Hand gehoben. Ich kann hier auch über Control, Show Hands Raised, da hat man auch nochmal die Gesamtliste. So, wenn ich den jetzt hören möchte, was er für Fragen hat, kann ich hier ihn anklicken. Gehe auf Unmute. Jetzt könnte ich denjenigen hören. Ich habe hier nur gerade, wie gesagt, wegen Feedback das Mikrofon zugemacht. So kann man jedenfalls dann Fragen entgegennehmen. So danach, wenn die Frage geklärt ist, mute ich denjenigen einfach wieder und fertig ist. So, Hand geht wieder runter. Alles klar. Das ist jetzt quasi erst mal nur Gespräch. Wenn es jetzt darum geht, tatsächlich eine Präsentation zu halten, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man überträgt den Bildschirm oder man zeigt eine Datei. Bildschirm übertragen ist relativ einfach. Share my Screen. Auch Firefox wird jetzt fragen, ob es das darf. Und dann kann man entweder ein einzelnes Fenster übertragen oder einen gesamten Bildschirm. Einzelne Fenster bieten sich dann an, wenn sie sowieso relativ viel auf dem Bildschirm haben. Und nicht irgendwie, wenn sie zwischendurch mal einen Browser groß machen oder so, möchten, dass der übertragen wird. Gerade wenn sie wenige Bildschirme haben oder sogar nur einen, auf dem sie arbeiten, ist das dann besser. Ich übertrage jetzt mal gleich den zweiten Bildschirm. Dafür mache ich ganz kurz auch die Präsentation hier oben weg. Und genau, erlaube, dass Bildschirm 2 übertragen wird. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel, ich mache mal hier PowerPoint auf dem zweiten Bildschirm auf und schaue mal, wie das jetzt für den Gast aussieht. Das ist der hier drüben. Da sehe ich jetzt also groß die Präsentation. Und übrigens ziemlich verzögerungsfrei hier oben das Kamerabild in der Ecke. Das Problem ist, ein kleines bisschen, wie man jetzt hier sieht, wenn ich die Maus hier durchbewege, beziehungsweise auf dem Bildschirm etwas minimiere. Er stimmt, die Maus zeigt er gar nicht an. Das hat eine ordentliche Verzögerung. Und gerade, wenn ich Sachen bewege, es hat eine sehr niedrige Bildfrequenz. Also für alles, was sich irgendwie bewegt, wie zum Beispiel ein Videoschnitt oder sowas, ist es nicht so ganz geeignet. Das war jetzt einmal kurz geschüttelt. Moment. So, hier sind wir wieder. Jetzt, um PowerPoint zu zeigen, gibt es ansonsten noch die Alternative. Ich mache mal hier wieder Stop Presenting. Haben wir das wieder aus. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal auf Present Files. Hier können Sie verschiedene Dateitypen hochladen. Bilder oder auch PDFs bieten sich hierbei an. PowerPoints werden nicht unterstützt. Die müssten Sie entsprechend vorher einmal kurz als PDF exportieren. Das ist allerdings in den meisten Fällen wahrscheinlich eh schon irgendwann mal passiert. Ich nehme kurz eine Datei mit zwei Seiten. Genau, nehmen wir mal ganz kurz den Artikel, den wir da hatten. Und Sie sehen schon, weil das eben zwei Seiten in der PDF sind, importiert er die hier entsprechend separat. Ich könnte jetzt auswählen, welche ich am Ende präsentieren möchte. Wenn ich zum Beispiel schon die ersten zehn Seiten weg habe oder so, dann wähle ich die einfach ab und dann gehe ich hier auf Present. So, das wird groß gemacht und die anderen können das entsprechend sehen. Hier oben kann ich durchschalten, welche Seite gezeigt wird. Das macht es also insbesondere dann einfach, wenn Sie jetzt wirklich hier eine Vorlesung halten möchten. Das war jetzt erstmal ein schneller Überblick. Probieren Sie ein bisschen rum. Es gibt noch ein paar ganz andere nützliche Funktionen. Zum Beispiel können Sie Gäste auch in andere Meetings weiterrutschen lassen. Also wenn das hier zum Beispiel eine Konferenzschalte ist von einem Projekt, dann können Sie noch irgendwie Sub-Meeting-Räume anlegen, wo Sie danach die einzelnen Leute reinschicken. Deswegen probieren Sie ein bisschen rum. Wie gesagt, das Limit ist 23 Nutzer. Entsprechend für große Gruppen ist es nicht geeignet. Und gerade angesichts des relativ intensiven Ansturms bittet auch das DFN darum, diesen Dienst nur dann zu nutzen, wenn Sie tatsächlich einen Audio- oder Video-Feedback-Kanal brauchen. Also wo es tatsächlich zum Gespräch kommt. Für alles andere, wo es reicht, wenn man per Chat zum Beispiel Fragen stellen kann, nutzen Sie am besten die Streaming-Funktion. Die erklären wir jetzt gleich in einem zweiten Video. Dann bis dahin und schon mal frohes Schaffen!